In diesem Video zeige ich dir, warum du getrocknete Lorbeerblätter anzünden solltest. Wieso, weshalb und vor allem warum, das erkläre ich dir in diesem Video. Bleibe daher unbedingt dran und schaue dir dieses Video einmal bis zum Ende an. Der Lorbeer hat nämlich viele gesundheitliche Vorteile. Außerdem ist das Räuchern mit getrockneten Lorbeerblättern keine neue Idee. Denn schon seit langem wird dieser Heilpflanze eine spirituelle Wirkung nachgesagt. Doch welche gesundheitlichen Vorteile bringt nun das Verbrennen eines Lorbeerblatts? Das Verbrennen von getrockneten Lorbeerblättern soll sich nämlich positiv auf deine Sinne auswirken. Dadurch soll wiederum deine Konzentrationsfähigkeit angeregt werden. Wenn sich beim Verbrennvorgang der wohltuende und beruhigende Geruch in der Wohnung verteilt, soll der Geruch außerdem dabei helfen, Verspannungen zu lösen und vor allem Stress abzubauen. Wahrscheinlich müsst ihr euer Lorbeerblatt mehrmals entzünden. Achtet aber auf jeden Fall darauf, dass ihr eine feuerfeste Schale bzw. einen feuerfesten Untergrund habt. Das Verbrennen eines getrockneten Lorbeerblatts hat aber noch einen enormen Effekt. Denn der wohltuende und würzige Geruch von Lorbeer überlagert sogar den Geruch von zum Beispiel Fisch. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.